so meine sehr verehrten freunde wir sind wieder da und ich wurde in der kleinen pause eben von der schnecke angegriffen ich dachte die kommt da nicht durchs gitter und hab mal so ein bisschen minimiert kleines päuschen gemacht und dann fing mein controller an zu vibrieren ja nicht in meiner hose nein er lag auf den tisch und meinte wild zu vibrieren da habe ich dann doch einfach mal geguckt und tatsächlich hat mir die schnecke schon ein viertel von meinem leben abgezogen haben finde ich nicht so cool naja auf jeden fall sind wir wieder der mausfall wieso lädt denn der was lädt der egal wir sind wieder da der eine freak lebt anscheinend auch wieder dann komm komm doch komm doch wenn du was willst du wieser wichse meinst du es ernst war alter der gibt ein auch ein mit alter das war nummer eins ja vielleicht habe ich eine idee ich nehme einfach mal das drachenschwert das ist mir jetzt doch lieber wir sind ein bisschen schneller der große macht damage ist aber langsam der kommt auch hinterher wenn ich hochklette ähm ihr wisst vielleicht schon was ich vorhabe alter jetzt wir sehen doch an ja genau das hatte ich vor gut der ist dann geschichte äh next one please äh warte mal ich muss mal uhrzeit checken okay ich weiß bescheid alter wie viele sind denn das warte mal ich muss mir mal ich will noch so eine feuer seele finden dann gehe ich auf jeden fall noch mal zurück und hole mir die fucking verbesserung für die flakons ich hoffe man kriegt noch so eine seele bevor man die zweite glocke läutet ich habe jetzt auch nicht irgendwie geguckt wo man solche seelen her bekommt äh okay der ist schlau der kommt mir nicht hinterher naja schlau ist er nicht der kommt mir doch hinterher die fetten machen mir Angst ganz ehrlich ich glaube der kann nicht mehr oder der ist zu fett voll das klischee die armen fetten werden auch in dark souls noch schikaniert oder ist der angehalten weil er so geschrien hat äh oh oh alter was ist das da schon wieder ich glaube das war selten dämlich ich sag mal nichts dazu ich dachte ich schaff das ich will dazu jetzt auch kein kommentar hören hier achso der macht die tür auf du kriegst gleich ein schwert in die fresse scheiße so ich bin auf dem weg stinkst leiche ähm ja wisst ihr was wenn wir schon mal hier sind können wir auch noch mal nach der menschlichkeit suchen ähm das das treffen so peter kill ah ne das war nur drei triple kill double kill peter war doch fünf oder vielleicht ist er jetzt eben nicht richtig klar äh ist ja auch egal es waren ja keine fünf so scheißrate geht auf die droppt auch nichts aber du musst jetzt erst vor ansonsten muss ich dich platt machen oh hab ich ja schon so eine von euch menschlichkeit ja ich hab keinen stimmenverzehrer das hab ich gerade so gemacht ich werd zu alt um meine stimme zu verstellen eigentlich nicht oh scheiß nein ich werd nicht scheiße das ich red so mit meinem zweiten ich ja also äh keine falschen kommentare jetzt das macht das spiel das spiel macht mich einfach verrückt ja puh ok ratata tot ist auch schön dass jetzt wieder gegner kommen die nicht one hit tot sind ne das ist ein bisschen erfreulich aber auch ein bisschen ärgerlich weil dann haben wir wieder probleme äh ging das nicht hä man kann doch jähu ja hab ich auch in nem video gesehen ähm verurteilt mich dafür dass ich jetzt das nicht selber rausgefunden habe eier treten bringt ja nichts so flack hönchen ähm ah da liegt das meine soul äh haben wir abgang alter uh der dicke kommt der dicke kommt der macht mir angst der dicke kommt der macht mir angst eigentlich nicht eigentlich ist der ja auch relativ easy wenn man sie nicht äh ja ich sag's ja der ist relativ easy ne äh war alles so geplant von mir ne das äh ich bin ja pro und so ihr wisst ne also ist alles geplant dass der da runterläuft ne das war voll so hab mir gedacht dass der da langläuft alles schon komplett ausgerechnet ja wahrscheinlichkeitstheorie und so das letzte mal vor zehn jahren ausgerechnet äh ne vor zehn vor sechs ja vor sechs da war ich noch in der zehnten klasse äh war der grad zu blöd mir hinterher zu laufen boah du noob was bist du bist du ein ork oder ein ghoul du siehst so ghulig orkig aus bist du ein uhlgork äh ein ghoulork ein gestorbener ork könnte ja eigentlich möglich sein ne ein ork der zum pfff leichenfresser wurde zum leichenchender wurde alter wie der mich hier auch fast runterhaut ich dachte jetzt er fällt aber gut er muss nicht fallen puh so hätten wir auch wenn ich ihn unten angreife dann kommt er wahrscheinlich hochgelaufen äh wir gehen einfach mal schnell raus okay was bist du denn ein ekliges etwas es gibt 150 seelen bin ich mit zufrieden äh schild raus äh der sieht aus hat der einen wolfskopf erst mal ein tritt in die eier äh ne in den arsch und dann machen wir zack zack gut die sind jetzt nicht sonderlich stark okay bei zwei von denen sieht das vielleicht schon ganz anders aus du bist scheiße der lebt ja noch so hab ich doch gesagt du bist scheiße logic Ich spiel mit dir Fußball Sieht aus wie so ein halb mutierter Wehrwolf Gibt es ja eigentlich Wehrwölfe in dem Spiel? Die wären bestimmt mega overpowered Da ist noch eine Erstmal die Eier treten Ach ne, den Arsch Wo kommt denn der schon wieder her? Komm, lass mich den noch von hinten ficken Ich will den einmal so in den Arsch Wisst ihr? In den Arsch Okay, lassen sie nicht, oder? Die vergiften Die vergiften hart Boah, geil, es hat geklappt Mir fällt auch gerade ein, wir haben ja Wir haben ja Gegengift Oder auch nicht Alter Ich denke, das heilt Ich denke, das heilt Das heilt nicht Das heilt nicht Das heilt nicht Alter Fick dich einfach Welche Sau war das? Welche Sau hat mich hier vergiftet? Da hinten wahrscheinlich, ne? Ich mache euch alle Du kleiner Huso Oh, guck mal, wer da hochkommt Alter, das Gift killt mich Scheiße Das Gift macht mich platt Wisst ihr was? Noch ein D Alter Ushigatana Ist sehr scharf Macht wahrscheinlich Pluken Achso, jetzt bin ich gleich geheilt Achso, wir haben das Leuchtfeuer benutzt Die Frage ist, soll ich die Menschlichkeiten benutzen? Nein Und nochmal Ich würde wenigstens gerne mal bis zum nächsten Leuchtfeuer kommen Oh, 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 oh Ushigatana Oh, 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 oh Ushigatana Vorbei, vorbei Es ist ein Ushigatana Samu Triple Kill Penta Kill Das war ein Penta Kill Ja, ich habe alle fünf auf einmal getötet Und jetzt kommt gleich wieder die Nutte da aus dem Karton Alter Kannst du nicht warten, bis ich dich aufspieße, bevor du da raushützt Ich dachte, die grünen Moosklumpen bringen was gegen Gift Aber wie wir gesehen haben, hat das gar nichts gebracht Das stand auf jeden Fall auch in der Komplettlösung Dass man in dem Gebiet viel von dem grünen Moos mit dabei haben soll Aber Ohne Moos nichts los, würde ich sagen Aber Wir haben Moos und das wirkt irgendwie so nicht Benutzt hat er die Hä, da steht aber doch auf Verringert Giftansammlung Heilt Vergiftungen Verringert Blutungszune Achso Das hat mir eben gar nichts gebracht Aber die haben wir doch was Was macht das eigentlich Ich glaube, Phantom aus einer anderen Welt Können Objekte benutzen Hüllen nicht Bin ich eigentlich mittlerweile Aber ich bin schon wieder ein Toter Stimmt ja, wir sind ja gestorben Ja, gut Wir wollen nicht weiter über den Tod reden Wir wissen jetzt, wir müssen sehr vorsichtig sein Oder ich weiß jetzt Ich muss vorsichtig sein Da könnt ihr mich auch vorher warnen, ja Dass da einer auf mich schießt Also Ich weiß, die Leute laben sich an dem Tod Der Let's Player in ihren Spielen Ey, du sollst auf das Vier raufspringen Und nicht einfach nur zuhauen Na gut Äh Dann müssen wir noch mal die fetten Oger platt machen Alter Langsam wird's nervig Aber naja Es ist noch nicht so nervig wie damals die Totenstadt Achso, ich muss einfach nur Kreis drücken Ich hab immer nach unten noch dabei gedrückt Jetzt die paar Male Äh Wuhu Boah Fetty Macfettfett Er ist aus Outlast hier rüber gewandelt Äh Ich hab nichts gesagt, mein Freund Das Müsst du mir büßen Kann ich dich auch von hinten Hart Nehmen Alter Du Nutte Puh Das nächste Lagerfeuer muss her Juckt ihn nicht Juckt ihn nicht Juckt ihn ganz und gar nicht Äh Jetzt ist der Fettsack uns nicht hinterher gekommen Ich glaub's nicht Du Homo Fürst Komm du Sau So Alter Ich brauch unbedingt so ein Feuer Kack Damit ich die Flakons verbessern kann Ey du Bingo Bongo Komm her hier Ja komm die Majo so platt Bingo Bongo Aua Bongo Lass das Ich schreie ein bisschen Hier frisst das Bingo Bongo Bingo Bongo Bingo Bongo Das war grad so die Äh Teletubi Mucke Ah du Hundesahn Nicht mit mir Nicht mit Papa Schlumpf Puh So die werden dann wieder erledigt Jetzt kommen hier meine Freunde Die mutierten Zombie-Werwölfe Oder was auch immer sie darstellen Wir müssen auf den Giftigen aufpassen Wir sind schon hart am Gift Äh Hart am Giften sind wir Hat der Fleisch in der Hand? Alte Du scheiß Bongo Du hast die doch nicht mehr alle Hier Friss mein Schwert Du Hure Zeit für Bingo Bongo Da hinten ist er Dich hol ich mir mein Freund Und dich hol ich mir Du hast doch nicht geglaubt Dass du mir so davon kommst Ey Bongo Alter Fick 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 Fickt euch doch Da ist noch eine Fick Fick Der hat mich gekillt Gleichzeitig tot Feierhütter Seele Geh mir damit nicht auf den Sack Ganz ehrlich Wir hatten heute Ein Na Zwei Erfolgserlebnisse Das ist schon viel zu viel für Dark Souls Dafür ist das Spiel uns jetzt sehr sehr böse Guckt euch das an Ich springe auf den und der haut mich einfach weg Der Bingo Bongo Jetzt darf ich mich nochmal heilen gehen Alter Aufsteigen kann ich nicht Die Seelen liegen Alter Irgendwo im Schandtal Teil Kack Piss Luts Schlotten Scheiß Äh So Okay Dark Souls macht mir auch gerade mega Spaß Auch wenn es so schwer ist Muss ich ganz ehrlich sagen Äh Das macht mega Fun auf einmal Zum Anfang war das ja so Puh Ja das ist Ne Uff Aber das ist wirklich so ein Spiel Wenn man da einen Boss schafft Dann weiß man was man geschafft hat Ne Nicht so wie bei Äh Ja was ist da jetzt ein gutes Beispiel Äh Bioshock Sag ich jetzt mal Sind jetzt nicht gerade schwer die Bosse Ne Oder Na Witcher Ja waren die Bosse jetzt auch nicht gerade schwer Muss man ja Ganz ehrlich sagen Aber An Witcher kommt es Meiner Meinung nach Äh Trotzdem nicht ran Also Ich kenn momentan kein Spiel was an Witcher rankommt Meiner Meinung nach Ne Ist ja Ist ja immer noch Geschmackssache Manche mögen ja keine Rollenspiele Äh Ich stehe da irgendwie voll drauf Ich hab auch gerade nochmal angefangen Die Witcher Reihe durchzuspielen Also ich bin beim ersten Teil jetzt noch Ich hatte auch überlegt Ob wir den ersten Teil einfach nochmal Let's playen Aber Wir haben gerade so viele Projekte Und Ich finde da ist auch die Luft raus Wenn man Jetzt den dritten Teil schon let's playt hat Den ersten Kennen Ist jetzt nicht So schlimm Danke du Ficker Jetzt hab ich wieder null Seelen 9000 Seelen Für den Arsch Und wisst ihr was das heißt Ich beende jetzt einfach mal die Aufnahme Das waren jetzt Mit diesem Übungsknapp Ding Knapp vier Folgen Oder vielleicht auch fünf Ich weiß ja nicht wie viele Übungskack Folgen ich da raushau Gut Dann hab ich jetzt erstmal ein bisschen Dark Souls Auf Voraus Für sechs Tage glaube ich Äh Muss ich erstmal Bioshock aufnehmen Und Forest Und Outlast Ich hab gut zu tun Und nur noch eine Woche Urlaub Naja Kriegen wir schon hin Outlast sollte ich durchgespielt kriegen An ein zwei Tagen wenn ich Mich anstrenge Na anstrenge Es ist ja im Albtraummodus Daher wird's vielleicht ein bisschen schwerer Naja Wenn ihr das hier seht Wird vielleicht schon Outlast laufen Werden wir dann sehen Auf jeden Fall Wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend Äh Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein Würde mich sehr freuen Ja Lasst euch nicht von Killer Clowns ärgern Die zur Zeit die Unwesen treiben Ich weiß nicht ob man Vielleicht sollte ich dazu einfach mal so ein kleines Video machen Was ich davon halte Vielleicht kam das schon Es wäre vielleicht mal eine Idee In der Abwechslung zum Let's Play 30 Abonnenten Special könnte das sein Oder Naja Ja könnte man eigentlich so machen Naja egal Ich überlege mir da vielleicht was Äh Mal gucken Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Und haut rein Bis zum nächsten Mal